Hallo miteinander, wir begrüssen euch heute mal von draussen aus der Aussenstation. Heute geht es um den schönen Sidepipe Auspuff. Wir zeigen euch heute mal wie die ganze Sache klingt, wie ihr euch das auch gewünscht habt. Und jetzt montieren wir die ganze Sache gleich mal. Also wie ihr seht, hier vorne normal mit der Gummibreide angemacht, hinten mit einer 60er Breide und dann ist die ganze Sache schon Montage fertig und bereit für den Test. So 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 So, ich hoffe, wir konnten ein Bild davon machen, wie der Auspuff der Lautstärke bzw. vom Ton her ist. Wenn ihr noch Vorschläge habt, welchen Auspuff wir in die Zukunft testen sollen, schreibt das gerne in die Kommentare, dann können wir das gerne berücksichtigen. In diesem Fall wünschen wir euch ein schönes Wochenende und weiterhin gute Schrauben. Tschau miteinander!